Wie hat man sich das vorzustellen? Du postest natürlich direkt nach dem Spiel, gibt es den ersten Post. Du kommst hier vom Platz direkt hier rüber und dann kramst du direkt das Handy raus und schreibst deinen Followern? Ja gut, es ist nicht immer so, dass man gleich dazu kommt zu schreiben. Ich habe auch jemanden, der, wenn ich nicht die Zeit habe, wo ich mal schnell eine SMS hinschicke und der postet dann das. Aber das kommt schon alles von mir, was da geschrieben ist. Das ist schon mal gut zu hören. Wie wichtig ist dir der Kontakt direkt mit den Fans? Ist das ja eine neue Art, mit den Fans direkt zu kommunizieren? Ja gut, ich glaube neu ist es nicht. Ich glaube, dass viele diese Kommunikationsmittel wählen. Für mich ist es einfach auch interessant, ein Thema zu wählen und dann einfach auch mal zu sehen, wie die Leute darüber denken oder dass da vielleicht sogar eine Diskussion untereinander entsteht. Das finde ich auch immer ganz nett. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vielen Dank.